Halli und Hallöchi, meine lieben Freunde, willkommen zu einem Anfang von Letzloll Hexakil Mit Rompe, äh fuck, jetzt ist das Ding weg, mit Rompe Lederzwerg Slowdown dem spaßten Schlaraffen-üpp Und Master Desaster, wir spielen Sieg Heil Team Mehl zusammen Abonnieren, liken, wenn ihr Bock habt, das war das Intro und jetzt kommt Was up Ich esse nebenbei hier noch lecker irgendwas zu essen, irgendwas süßes So ein komischer Schoko-Vanille-Erdbeer-Pudding-Dings-Bums Klingt lecker Ich muss auch noch sagen, warum dich Sieg Heil heißt die Folge Weil wir alle Hallen gehören Alter Die ist geflogen, leck mich zum Arsch Damit gehen wir zum Sieg Aber ich kann noch Stab Level 6 halten, Leute Ich spiele AD Carry Heal den, heal den Er darf nicht sterben Geht sie alle Heilen Ich spiel ne Runde Hexakil und wir können alle heilen Heilen Wir können alle heilen Heil Jetzt muss ich mich konzentrieren Hinten von hinten Töte den, töte den, töte den, töte den Töte den mit allen Heals Kommen die weg Okay, dann kommt der Oh nein Perfekt Healen, Leute, healen Hat irgendjemand auch ein Heal Ich grad nicht, aber ich verstehe, warum die mich nicht fokussen, wenn ich alle dürsti durchrenne, aber gut Ich bin tot Warum hat ihn niemand gehealt? Wo sind die Heals, Leute? Wo sind die Heals? Aber keine so schlechte Healer Echt? Er hatte early, schwach Slate gemischt auch Er 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 hat digitieren wir hab gedacht wir sind bei pokémon woa what's going on here hat er nicht die popel lane vorsicht da unten kommt nichts man fühlt schon nicht voll ade so raka wir könnten die tüten wir können die tüten da kommt ein leona wüstchen das ist noch mehr fokus nicht ii der hals hilfe hilfe bleib stehen Leute, unsere Sik-Heil-Kombo funktioniert. Ich gehe top und erst so lange meinen komischen Coding bleibt. Gibt's das hier voll ins Gesicht, Alter. Das ist was anderes ins Gesicht. Patrick und ich offen allein, das kann nur schief gehen. Wir sind auf einer Line, ich geh weg. Was ist das für ein A-Lied, das gerade läuft? Ich habe in Real-Life 4 Hüte. Auf meinem Hut hat Spersion geschrieben. Doch hat er. Ich will aber keinen Besuch von hinten. Geh einfach weg. Fick dich. Tschüss. Tschüss. Schlecht. Schlecht. Tschüss. Schlecht. 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 Du hast die Skills. Du hast die Skills. Einer Milf. Hey yeah. What's going on? Seh das Werk. Ja. Hallo? Ali. Die Heels kommen. Halt durch. Oh, der Heels auf Doom. Oh, der hat die Fatser. Der kommt nicht mehr weg. Hinter uns. Hinter uns. Heels. Ich bin so tot. Heels. 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 Die ist unsichtbar. Das ist unfair. Sag dir mal, die soll das lassen. Ich werde das vielleicht in einer Wunderwelt, in der... Ich bin tot. Ja, ja. Gott, verglaub. Verdick, verglaub. Nein. Ich bin tot, du Weetard. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Ich geh jetzt Sachen kaufen für den Maximum... Oh, ich glaub, das sind ja ein paar Zwetschken. Uns gehört das Laid Geheben. Welches Laid Geheben? Er ist nicht voll und das ist doch unnötig. Oh, der ist natürlich nicht schlecht. So läuft das hier. So ein Dummkopf gewesen. Die holen auf. Wird gut. Macht Spaß. Toll. Da ist ein Gier, der macht unseren Altar weg. Arschloch. So ein Dummkopf. Ey, wenn ich dich auf YouTube finde, dann like ich, dann mislike ich deine Videos. Oh nein! Oh gut! Jawohl! Das ist gut! Hilfe! 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 Hilft ihm! Hilft ihm! Scheiße! Schade. Ich bin tot. Not for life. Gar nicht hin. Jetzt. Jetzt kommt mein Silence rein. Go! Oh nein! Da ist der Akali. Ich glaube, ein Tali. Da ist der Akali, Alter. Da fliegt der Akali. Da fliegt sie nochmal. Was ist das so? Hört ihr noch. No, stopp. Der Draven. Der Heels. Mein Schild hat dich gerade so gerettet, Alter. Move your body. Come on now, everybody. Move your body. One on everybody. Move your... Was für Zeug? Hier. Mana. Wollt nicht rum. Ich brauch schon Mana, wenn er Leben hat. Mana, Mana. Ja, wir nehmen ihn und vergewaltigen sein Leben, weil er... Du bist gestanden. Bip, bide, bip. Da oben. Hopplein, hopplein. Du bist gestanden. Ba, ba, na, 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 na. Alter. Geht auf der Atau, ja. Alter. Weetard alert. Geben auf den Atau, Leute. Der Böse. Aber den Töten. Ich kann die Schuhe weg. Er draufste, er draufste. Ist auf der Spinn. Nice, okay. Jetzt ist egal. Baaah. Sehen wir dich wieder. Ich kenne die Akali auch. Vielleicht nicht engagen, wenn der Yi ulti hat. Was denkst du? Vor allem Yi, Akali. Eeeh. Die haben da fixe Level 6 gemacht. Das war voll schlau von dir. Oh nein. Ha. Zum Kopf. Das wäre doch aber schön für uns. Ach ne. Ich komme gar nicht mehr raus. Wir haben so viel zu sieht. Weil wir sind einfach so früch. Leider 5 supported. Ich komme gar nicht mehr raus. Hilfe. Schon möglich. Da. Gib uns. Gib mir das Brat. I want that ass. Ich sag ja, die kommen nicht mehr weg. Wenn einmal war. Hallo. Hey, listen. Wenn ich meine Ozen darf. I want that. Oh fuck, da kommt Flieger. Ass. Kall mich mal. Weg gehen, weg gehen, weg gehen. Weg gehen? Aber wohin? Sind wir nicht alle nur auf der Suche nach dem Sinn des Penis im Leben? Der Sinn des Penis. Urinieren. Urinieren. Unckel erklärt auf die Welt. Leute, ich komm. Ich hol dir jetzt ein bisschen die Penis. Ja. Putz. Ja. Da guckst du aber so. So. Tschüss. Stärp, nicht, stärp, nicht, stärp, nicht, stärp. Er kriegt ein paar Heals, so zwei Milliarden. Leute, ich hol dir Heals. Stun dieses Gefickte. Oh, hi. Er hegt. Er hat unsere Kraft geklaut. Den Fatsen. Peng voll in die Fresse. Ei, aua. Mann, tut doch weh sowas. Weh. Warum geht unsere Saraka eigentlich nicht tankig, dass sie öfters healen können? Wir sind nämlich voll schlau. Wir können immer auf Soraka heal, dass Soraka uns heal. Das müssen wir machen, Leute. Boah, das ist voll die Taktik. Soraka. Aber dann fühle ich mich wieder so unter Druck gesetzt. Ja, deine Oma fühlt sich auch unter Druck gesetzt. Vor allem, wenn sie auf dem Klo sitzt. Wir drogen. Oh nein. Weg hier. Ich heele. Ich heele. Komm doch nicht raus. Oh nein. Goodbye. Sporka, halt dich. Weh die doch nicht zu mir. Wir machen auch Gangbang-Party. Da fehlt S und Taktik. Da fehlt S und Taktik. Aber Taktik haben. Wo geht's Gangbang? Gaming like Yoro. What the fuck? Draven. Du musst es anders aussprechen. Es heißt Draven. Das ist mir falsch. Kevin. 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 Was? Kevin? Weißer. Kevin kommt auf dem Lateinischen. Heißt der, der nicht am hellsten ist. Gut, dass ich nicht... Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass ich nicht Kevin heiß. Bist du sicher? Denn ich bin der Patrick. Guten Tag. Und jetzt fällt mir kein Reim mehr dazu ein. Was für ein scheiß Arsch. Wir haben hier so schmarrt. So lange die in den zweiten Altar haben. Das ist dümmste, was wir machen können. Das ist hohe. Bye-bye. Achtung. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Servus. Ich in ein paar Sekunden wieder. 2, 1, 1, 2, jetzt. Soraka hat Ulti. Hier, nimm das. So, die Akali, der Akali. Nimm ihn jetzt. Nice. Was will die denn? Hier, Harik. Nimm ihn. Okay, wir müssen noch nicht Tower-Dive. Bist du dir da ganz sicher? Schuldig. War ein Witz. Wei, 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 wei. Einfach alles Soraka hier in den Leuten, wenn es geht. Immer Soraka. Weil dann kannst du die uns hochheben. Ich hab eh ein Massen hier. Ja, ich auch, sobald ich mal mit dem Mana hätte. Ich hab kein Massen-Heal. Plim! Plam! Heal! Plam! Pan! Flam! Oh mein Gott, wir hätten nicht auf einer Stelle stehen sollen. Jeder kämpft los Exams. Tschüss, Slowdown! Slana, wenn du wegkommst, dann, 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 dann mag dich Gott. Ich spiel Master Yi. Wie, wie lange willst du eigentlich noch holten? Er hört nicht mehr auf. So, Mist. Ohne Witz? Äh, ich grad einfach, ich, von hier, nach, nach hier, nach hier, nach hier, nach hier gerannt. Cool, da uneffektiv genutzt. Hahaha. Sieht nach nem Muster aus. Äh, Tool, bauen wir eine Mauer aus, diese Muster. You, Schau. Weiß ich, hätten wir jetzt, hätten wir jetzt hier oder Kali und, Alter. Ich trau mich aber nicht allein. Ich bin nicht alt. Wir kommen nach, Kali. Komm mal auf, der hat ja keine Chance. Rompel, geh nicht zu haben. Oh. Oh, oh, äh. Der da? Was sagst du zu dem? Du nimmst den Altar ein, ne? Sind jetzt einfach alle hier, da können sie nix machen. Hab abgefangen. Freut mich für dich, postet das auf Facebook. Ach, wir waren ein Ding. Wir spielen das so lange, sie kann. Stopp, sie! Jetzt wird das Spiel gewonnen haben. Oh. Oh, der hat schon wieder seine Ulti, aber was ist mit dem? Was ist mit dem? Wie? Oh, da kommt noch ein Malfight. Ja, da macht er eine Kuh einfach nach meiner Ulti, aber das trifft ihn nicht. Take this. Easy. Wie? Nur einmal konnte ich nicht spielen. Ah. Was? Wo willst du hin? Was cool. Bei dir wäre Ultra Rapid Fire Hexter. Und Doombots. Und one for all. Ah. Ich komme. Normalfight. Ich hab gerade auf der 2 Minuten gegen sie gekämpft. Ganz gefühlt. Ich geh jetzt beat Buxian. Heelen, 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 heelen. Dracar ist jetzt hoch. Dracar ist jetzt hoch. Oh, das wird ja ein Massen. Der hat ja schon wieder eine Ulti. Ja, das ist so übel mit dem... Zoraka verkauft den Majis, ne? What the fuck? Ich treffe doch sowieso an Dauern. Hallo. Ja, aber trotzdem. Hört mich jemand, hallo? Die Assists werden in so ein Endlicher steigen. Hi. Okay. Das Ding gibt's hier nicht. Wie? Mein Leben ist zerstört. Hi. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Trinkt das. Geh sich. Er kann nichts. Er hat 4C-4C auf sich. Bams. Geh sich. Geh sich. Geh sich. Geh sich. Geh sich. Geh sich. Da ist noch eine Akali. Ja, das gibt's nicht. Geh. Kalt den zieht zum Torred. Wir machen das. Ja, das Ding ist ja das Draven. Auweia. Liebe. Sie haben einen Draven Akali He. Weißt du, was du da dagegen machst? Heil. Healen. Einfach Healen. Healen. Einfach Heil. So, läuft. DEMO. 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 was heißt es bringt der hier doch nicht so schreiber umgebracht Aua! Drago! Du schnauze voll, ich geh jetzt weg! Zona's deadpush! Zona's deadpush! Was macht ihr? Geht! Geht einfach! Geht einfach! Geht einfach! Geht einfach! Geht einfach! Geht einfach! Too much EMG! Machste nix! Was denn? Mein No Game No Life Poster aus Japan kam vor meinem Steinskate Poster aus Deutschland an! He nice! Das Steinskate Poster ist immer noch nicht da! So weg mit dem! Der stinkt! Du Mufala! Mufala! Mufasa! Wupp 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 wupp! Mufasa! Wupp 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 wupp! Mufasa! Wupp 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 wupp! Pass mir an die... Das Lied ist grad kommt, ist voll traurig! Das ist so traurig! Ich will das Lied dem Herrn, das ist mir zu traurig! Ich will das Lied dem Herrn, das ist mir zu traurig! Ich will was Schönes Herrn! Ne, das ist schön! Ich bin jetzt schon seit... Guck mal da oben, wo machen die Sachen... Da! Rump! Fünf Stunden, 15 Stunden oder so, war? Nur! Das ist ein Tourist Lied! Das ist ein Tourist Lied! Ja! Dann bleiben wir zusammen mit uns! Ja! Dann bleiben wir zusammen mit uns! Ein Tag! Ich bin da! Aber da ist auch mal ein Beidon da! Das ist noch schlau! eastern Kanzel! Wiem wir machen! Sie haben sich welche! Entschuldigung! Schauen wir gerne doch drin! Ich bin zu tun kann zu tun! ig das war der kick deines lebens klar darf ich vorstellen slowdown der mini kotzt da schon jemand ich habe die kosten aber nicht schon um halb das ist halb elf wir töten den hier jetzt wenn der reinkommt töten wir den ganz einfach wir warten jetzt noch lang wie lange auch immer es dauert jawohl tschüss war dann je hab ich gar nicht gesehen wenn wir keinen mana mehr haben sind wir einfach nur am arsch ich 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 den 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 Ich muss ihn mal flashen. Ich wollte dich schielen, aber dann warst du tot. What the fuck? Können wir den für die nächste Runde rausschmeißen? Nee, ich hab dich lieb. Mach ein Kind. Aber nicht mit mir. Wir können das noch gewinnen. Irgendwie. Wir sind nämlich zu blöd. Jetzt haben wir mal Wilma. Machen. Na nicht jetzt. Können wir die tot heilen? Hm, I think I could try it right now. Denk ich. Oh, 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 oh. Oh, die haben ja schon super Minions. Machen wir jetzt. Äh, nun ja, wir brauchen... Wir brauchen jetzt einfach Saiyajin-Minions. Ganz einfach. Leute, da kommt der Hurensohn. Wo? Medi? Medi! Ja, alle Minions kann ich nicht aufhalten. Seines Problem, hä? Wir warten, wenn wir in der Base gar nicht hier rausgehen. Drei runter, drei oben. Hier, der Bereich, einfach hier oben. Dass sie die Dinger nicht kriegen und Punkt. Einfach noch Inhibitor. Ja. Vanguard Baron. Du meinst Wilma! Vanguard Baron geworden! Machen wir sie! Scheiß Supporter! Report Support! Wer ich denn? Alter. Tschüss. Minimal. Ich hab da irgendwas in die Base fliegt und dachte mir nur, rip. Da kommt jetzt der Luftdienst. Keine Ahnung. Easy! Da haben die Hexer. Oh, Leute, nicht der Arm. Nix mit Hexer. Sorry. Ich kann nicht backgehen. Die Minions greifen mich an. Wir sind einfach zu siegheil. Wir arbeiten zu deutsch. Wir harmonisieren. Wir harmonisieren. Wie grob Stahl. Hart wie grob Stahl. Katzenstreu. Und jetzt müssen wir unsere gemeinsame Kraft aufnehmen und alle vergasen. Nächstes Mal, wenn die hier oben sind, muss ich das mit Draven und I versuchen, Alter. Vor allem mit welchem Katzenstreu. So hart wie Katzenstreu kann nur wahres Wiskas. Kuscheln wir, Mädels. Oh, ja, Gangbang. Oh, ja, mit einem Fisch. Oh, oh, das sind Gegner. Das sind auch Gegner. Sie haben uns um 10 gehält. Oh, scheiße, ich bin dort. Tschüss, tschüss. Drei bis zu uns. Ja, nice, Drei bis zu uns. Zwei von uns. Ne, ein von uns. Gute Bilanz, gute Bilanz. Ey, wir müssen versuchen, alle da hochzustehen. A Bilanz vom Sollens haben? Waaah? Oh, schließen, oh, schließen. 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 Oh, schließen, wie die Super Minions. Wo? Ach, Top. Ja, Top. Zwei, Leute, hoch. Zwei hoch, drei unter. Glaube ich doch nicht. Zwei hoch, drei unter. Nicht anders schlafen. Jawohl. Jawohl. Easy, good job. Oh, ja. Kann nicht irgendjemand von uns und alle Schaden machen. Geh, gut. Glaube ich. Braucht man nicht. Ja, doch. Alli ist da. Hau. Wir haben mich geschlagen. Böse Bilanz. Hört auf. Nein, der Toru bleibt stehen. Der Toru bleibt. Leute, wir müssen das treffen. Einfach nicht weg. Der Toru heilen. Nicht weg. Nicht weg. Hör auf. Hör auf, Patrick. Kommt eine Niederle. Einfach nicht, komm. Einfach nicht. Ich will weggehen. Nein, ich will weggehen. Einfach nicht weggehen. Nimm mich und ich den Turm. Leute, sie hat mich nicht getroffen, wenn ich stehe. Nein, ich bin auch nur gewohnt. Turm. Fah! Jawohl. Ich soll's lieben, Turm. Leute, der Lieder. Leute. Top-Lan 10 wäre 4. 3. 3. Stop-Lan. Das sind viele. Äh. Ich muss gut backen. Ich hab keinen Mahler. Alter, das ist ja wirklich immer ein paar. Ich bin ja auch immer anstrengend. Ach, überhaupt. Nicht nur ein bisschen. Was hast du gesagt? Die machen immer unsere schönen Spielzahl kaputt. Die machen immer unsere schönen Spielzahl kaputt. Okay, komm. Super, super, Mini. Komm her. Ich hab so lange aufgespart, ist. Ich brauch Mana. Halt, Hilfe. Nein. Leute, was seid ihr alle in der Base gleichzeitig? Das ist doch dumm. Top-Lane. Geh. Jetzt ist vorbei. Der Turm macht das krass. Dann aufgeben, aufgeben, aufgeben. Die darf nicht voll gut sein kriegen. Oh, das ist doch dumm. Kommt nicht weg. Das war doch nicht so, Siegheil. Soll ich das hochladen? Stimmt. Es muss geschichtlich richtig sein. Tschüss. 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 Schuss.